servus leute grüßt euch also wir haben lange ich habe lange nichts mehr erst mal hi nur kurz ein kleines update warum aktuell keine videos kommen ich wohne jetzt vor dem pc ist irgendwie sauber superband da hinten bei mir ist das so gerade ich habe ein projekt ich habe ein projekt und das geht jetzt schon ein bisschen ja ich bin jetzt in der dritten woche was das angeht und davor die zeit konnte ich nicht so viel sagen ich kann jetzt auch noch nicht sagen weil ich hoffe dass der kommende sonntag müsste der 26 jetzt der 26 dritte sollte das allererste video dazu erscheinen und dann auch wieder was auf meinen channel weil ich warte die ganze zeit bis ich videos machen kann weil das ein sehr geiles projekt ist und ich voll dahinter stehe und mich eigentlich voll darauf konzentrieren möchte und ich einfach deswegen aktuell keine videos bringen weil ab und zu mal delay und so da macht ehli genug videos hit und jeder macht gefühlt videos dazu und deswegen bin ich ja gerade so ein bisschen in der warteschleife aber es wird ein geisteskrankes projekt und es läuft jetzt ich bin jetzt in der dritten woche bzw die zweite woche war so halbgas weil andere umstände werdet ihr dann mitbekommen ich habe schon ein zwei videos vor gedreht ich kann das leider noch nicht raus bringen aber ja es wird geisteskrankes wird richtig geil ich bin sehr gehypt ob die ganze geschichte kann aber halt nicht so viel sagen weil das noch nicht raus ist aber eins kann ich sagen wartet kurz eins kann ich euch sagen dieses tattoo hier von meiner mutter wird auf jeden Fall auch eine rolle spielen ja und dann hört es eigentlich auch schon wieder auf lasst euch überraschen ich hoffe sonntag montag dienst da kann ich mein erstes video vielleicht schon bringen was ihr so verpasst habt oder warum ich zurzeit nichts bringe ist einfach dass ich in der warteschleife hänge das noch mal so ein kleines update hier das ist ein kleines video ich trinke jetzt meinen kaffee aus dann werde ich ein bisschen streamen und dann muss ich ein zwei sachen erledigen aber die darf ich leider nicht erzählen also bis dahin ich hoffe ich kann ja sonntag vielleicht abend oder montags auch schon wieder raus bringen wenn das ganze so ein bisschen wenn es raus ist liebe grüße